Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Ark Survival Evolved. Heute machen wir wieder eine Floßrettung. Jawohl, der Morgen ist er wach. Ich habe noch ein paar Pfeile gebastelt, noch ein paar Betäubungspfeile und ein paar normale Pfeile. Und ja, zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dieser Trike-Sattel kostet 140 halt, also jede Menge. Deswegen bauen wir jetzt den Parasattel. Jawohl, und ich hoffe, der wird überleben, der Hund. Okay, ja dann machen wir jetzt mal den Parasattel, dann geht's los. Jetzt haben wir quasi keinen Heid mehr, das freut mich. Sieben Heid haben wir noch. Ein Bett habe ich gebaut, das hat den Rest verschlungen. So, tack. Sattel, Sattel, achso, Sattel, ja, von mir aus, dann. Sieht ja schöner aus. Toll, so. Okay, dann reiten wir mal. Früchte brauchen wir nicht. Pfeile sowas haben wir alles. So dann. Geht's mal los. Äh, kommen wir die Tür raus? Weiß ich nicht mehr. So will doch kein Mensch halten. So wird geritten. Oh je, ist der Larm. Dacht, der wäre schneller. War das nicht ein schnelles Reit hier, das Vieh? Weil hat der so viel Gewicht intus? Nee. Hat er überhaupt nicht. Okay, nützt nix. Wir halten jetzt mit dem Vieh. Ihr seht immer noch alte Grafikkarte, ne? Zuckel, Ruckel. Und, ja, ich hoffe, das wird sich heute ändern. Ich warte schon, ne? Genüsslich darauf, dass ich die Grafikkarte einbauen kann. Okay, dann wollen wir mal los. Soll ich wieder darüber gehen? Weiß ich nicht. Doch, darüber war ja okay. Wieso ist der denn so lahm, bitte? Warum ist der so lahm? Das hier können wir easy berühren, das weiß ich. Ich war schon am Sprinten mit dem. Gibt's doch nicht. Ich hatte ihn immer als schnelles Reit hier in Erinnerung. Oh Gott, Gott. Nicht als lahm Asch der Saison. Guck dich das an. Mit dem kann ich ja gar nicht von dem Schmeck laufen. Wenn da ein Raptor kommt, dann ist er dort. Na ja. Wir riskieren einfach. Ich will mein Boot zurück. So läuft das nicht. So waren hier schon die Schlangen? Ne, ne? Die waren erst auf der anderen Insel. Ja, hier waren alle Millionen Dodos. Die sind noch wieder da. Dodos-Porn ist hier unendlich hoch. Wir wollen auf jeden Fall unser Fluss zurück. Und der ist schon am Ende. Ei, ei, ei. Ich glaub, da müssen wir einen neuen zählen. Der ist ja... Allerletzte. Nur den Sattel dürfen wir nicht verlieren. Auf keinen Fall den Sattel verlieren. So wie lahm. Der ist. Kann das sein. Kann gar nicht sein. Ich kann's nicht glauben. So, dann bin ich hier rüber geschwommen. Und dann bin ich außen an der Insel vorbei. Das werden wir nicht wiederholen. Auf keinen Fall. Wenn wir das machen. Jetzt da innen lang. Egal wie weit der Weg ist. Boah. Das hab ich mir anders vorgestellt. Muss ich ehrlich sagen. Das hab ich mir wirklich anders vorgestellt. Dass es schneller geht. Also hätte ich das gewusst, hätte ich lieber den Trike Sattel gebastelt. Und hätte gefarmt. Wie ein Irr-Verrückter. Damit ich schneller im Level hochkomme. Na gut. Dann schwimmen wir mal. Vielleicht geht's ham 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 ham. Ist er tot. Nö. Geht's nicht. Gott sei Dank. Wenigstens das bleibt mir erspart. So, jetzt gehen wir hier lang. Zeig mal die Map. Ja. Ist mir real. Ist mir real. Wir reiten jetzt hier lang. Verlegst. Und zwar schrittweise. Tup, 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 tup. Na. Das einzige, worum ich das hier benutzen kann. Ist als Opferlamm. Hier hab ich auch schon, glaub ich. War dieser Tempeleingang. Hier bin ich auch mit dem Boot lang gefahren. Genau. Oh mein Gott. Dass ich die Tiere überhaupt auf der anderen Seite sehe. Dass die Steine immer so spät eingeblendet werden. Ach. Glaub mir, ich bin froh, dass es rum ist. Ja, am Wochenende hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh. Ich kümmere mich gerade nur um die Aufnahme. Und dann kümmere ich mich um unseren Server. Wer da bald kommen soll. Das mache ich auf jeden Fall. Mini Pronto. Ja. Mini Pronto. Komm, du hast. Tup, 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 tup. Oh je, oh je, oh je. Ich kann es ja gar nicht glauben. Dass der so lahm unterwegs ist. Was ist das? Es ist ein Frosch. Nee, es ist ein Busch. Ich kann es kaum erkennen, Mann. Okay. Jetzt müssen wir überlegen. Ich weiß gar nicht mehr. Wo das alles so war. Da bin ich. Das muss da rüber gewesen sein. Auf die andere. Quasi hier einmal drum herum. In Richtung Sumpf? Bestimmt nicht. Hm. Ich glaube, das Floß, das würde mich noch mal Leben kosten. Planlos. Planloses Salier. Hier war der Sumpf, da wollte ich aber nicht hin. Da bin ich, glaube ich, nicht vorbeigefahren, oder? Warte mal. Ich gucke mal. Hier sind keine Tiere. Ich weiß nicht, ob man da drüben anlanden kann. Da hinten könnte man anlanden. Und ein blödes Vieh. Lauf. Okay. Wir versuchen es. Vielleicht wird das Vieh gefressen, weil jetzt hier irgendwas kommt. Sehe ja nix. So weit, so gut. Tatsächlich. Wirklich so weit, so gut. Müsste ein Tier ungefähr unser Floß sein? Da war das noch drumherum. Bin ich noch da drumherum? Uuuh. Ne Schlange. Komm, mir helfen dir, Schildi. Hahaha. Absolut. Komm, 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 komm her. Komm her. Schnell, 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 schnell. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Komm, komm, komm. Hinter die Schildi. Du Idiot. Ja, sehr gut. Beher dich. Nein. Der wurde von den Fliegen gekillt. Danke. Na, herzlichen Glückwunsch. Para-Level 16. Okay. Das steht bei Flos. Da steht bei Flos. Da steht bei Flos. Da steht bei Flos. Ich hatte die Schildi hat noch genug, ne? Dann lassen wir es schön sein. Schnell aufs Flos. Komm, komm, lauf, lauf, lauf. Hippi. Ich habe mein Flos zurück. Ich weiß es nicht. Ablegen. Ablegen. Wir legen erst mal ab. Was ist denn? Da hinten rüber. Wow. Geschafft. Yes. Das ist ja schon mal super. Wir haben ja unseren Flos tatsächlich zurückgekriegt. Ich weiß, der Idiot ist tot, aber... Was soll's. Jetzt gucken wir mal nach dem Raptor hier. Ne. Allererstes. Kommt das Bett hier drauf. So. Einmal Bett. Blub. Jawoll. Äh. Wie ne? Das ist mein Schiff. Ey. Da gibt's doch... Schiff. So. Wunderbar. Sehr schön. Hm. Machen wir jetzt noch eine kleine Expeditionsfahrtfleisch. Habe ich genug. Ach, da sind noch Kotelitz drin. Jede Menge. Hier. Häpp. Wunderbar. Was heißt Kotelitz genug? Kotelitz kann man nie genug haben. Die drei Holz kannst du verballern. Ham. Ham. Sollen wir uns da mal am Strand noch umgucken? Sieht ja nicht sehr kriminell aus. Ich spring erst mal hier rein. Kein Hei in Sicht. Gut. Und jetzt fahren wir noch die paar Meter weiter. Ich würde dann ja noch gerne bis zu dem Eisberg da fahren. Was heißt Eisberg? Bis zu dem Berg da hinten. Wenn wir denn schon mal hier sind. Was ist das denn? Absolut günstiger Pronto. So. Jo. Hm. Man sieht leider nichts. Jetzt kommen wir nicht durch. Doch, guck mal. Durch diese, ähm. Durch das später aufbauen. Der Grafik. sieht man überhaupt nicht. Oh, Haie. Jo. Aber die beißen mich nicht, ne? Beißt ihr mich oder beißt ihr mich nicht? Ihr beißt mich nicht. Nee. Dann lassen wir mich schön in Ruhe, ne? Mal gucken. Okay. Da wäre ein grünes... Oh, da fliegt noch ein... Äh, äh, äh. Na. Wir sehen ihn. Sehr schön. Weil es sind das Agentar, wisst ihr? Oh, oi. Ja, nee, nee, nee. Das ist kein Land für mich. Das ist noch kein Land für mich. Wir sind Wölfe im Rudel. Die fressen alles auf. Nee, 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 nee. Das ist mir nur zu gefährlich. Das Tauchen ist unmöglich. Ich gebe ihn nicht hin. Guckt er das Wolfsrudel. Das macht alles platten. Das ist noch so ein Wolfsrudel. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Rückzug, Männer. Rückzug. Auf die Vulkaninsel fahre ich jetzt gar nicht hin. Da habe ich gesehen, äh, da ist alles voller... voller Kanus und so weiter. Jetzt fahren wir mal hier am Sumpf vorbei. Das schaffen wir. Sümmliche Schildkröte ist gleich sowieso. Haifutter. Also eine Schlange kommt ja nicht an Bord gekrochen. Sind wir mal optimistisch. Äh, Wendemanöver. Oh. So. Guckt mal da oben. Oben drauf. Der fällt gleich runter. Und der hier hängt in der Luft. Ach, der steht auf dem... Ach, der steht da. Der ist total wehrlos. Für sich kann man den verarbeiten, oder? Oder kommt der dann nach? Das riskieren wir nicht. Machen wir nicht. Ja, eine verdammte Schlange. Kann bleiben, wo sie will. Frösche sehe ich keine. Die vermisse ich ein bisschen. Die Fröschen sind nämlich immer gut. Ja, damit könnt ihr, äh... Ja. Ja, ne? Zementitpaste herstellen, die ich immer sage. Zementitpaste. Keine Frösche. Komisch. Normalerweise müsste hier der Sumpf voll sein mit Fröschen. Aber wir fahren doch noch richtig, oder? Ja, wir sind ja außenrum an der Insel vorbei. Jetzt müssen wir einfach innenrum an der Insel vorbei. Ähm. Ich hoffe, dass wir richtig fahren. Was schwimmt da? Ich bin ein Schweinchen. Wirklich ein Schweinchen diesmal. Oh, Mann. Wir tun echt die Augenwebe, wenn ich mich hier umgucke. Weißt du, dass ihr das seht? Freue ich mich. Hier kannst du überall anlanden vergessen. Wir müssen nur noch ein Haus schaffen. Kann nicht mehr weit sein. Und mit dem Flieger bist du hierher göttlich dran. Da kannst du überall oben, oben, Basel und so, äh, eine Posten bauen. Richtig gut. Richtig gut. Wo sind wir? Okay, ich muss jetzt noch da abbiegen. Würde ich überhaupt nicht einfach. Darüber. Wobei... Ne, ne, darüber. Da lang. Ich glaube, da bin Schlitzel mal gestorben, wo die ganzen Schlangen und Viecher sind. Hier ist richtig. Oh. Guck mal, da ist noch ein Quetzel da oben. Hier kann man ja fast von oben aus beschießen. Das ist doch richtig, oder? Ne, ist falsch. Ist doch da lang. Ja. Seid mal. Ja. Ja, ihr Gewitter, wo ich im Wasser bin. Das ist nicht gut. Na, dass der blöde Reitvieh kaputt ist, ist ja halb so wild. Der war eh lahm am Arsch ohne Ende. Wirklich, also. Er war ja wohl furchtbar. Siehe Wolken. Wieso sehe ich Wolken? Mein Wunder. Hat der Wolken eigentlich so ausgestaltet, damit er nicht ruckelt und zuckelt. Wirklich, ist hier letztes Mal verstorben. Weiß es nicht. War erst eh weg. Bleibt denn mit dem Jahrhundert da liegen? Jetzt war ich auf jeden Fall richtig. Ja, da, diese Tempelanlagen. Da sind wir zu Hause. Das ist ein Teufelskopf. Ja, ne? Das ist ein Maul. Also, ist das ein Eingang? Oder? Na, ne, ne, ne. Wir fahren jetzt erst nach Hause. Keine Experimente. Gibt's nicht. Ist viel zu heftig. Hier wieder nach Hause zu kommen. Zeig mir mal, wo ich bin. Ich bin wirklich, der blöde Punkt. Der ist doch richtig. Hier nur runter. Dann bin ich zu Hause. Rums, rums. So. Da muss doch irgendwo schon unser Ruhm sein, oder? Bin ich jetzt total anahnen? Bin ich vorbeigefahren? Ist das da unser Haus? Jetzt mal ernsthaft. Ist doch gar nicht hier. Ich bin schon vorbeigefahren, ich Ochse. Winsch. Wenden. Das ist doch da vorne. Ich hab mein eigenes Haus nicht gesehen. Tempelanlage sehe ich immer vor ein bisschen weiter weg. Das muss doch hier oben drauf sein. Ist die Sichtweite so klein, so gering? Oh Mann. Ja, ja. Das ist hier. Hier gehe ich immer rüber. Darüber das Ei liegt. Ich hab in diesem Totenkopf-Ding gebaut, oder was das ist. Ja, da ist es doch. Das ist mein Zuhause. Yippie, wir haben es geschafft. Schnell, an Land. Weg. Bist du böse? Bist du nicht mehr lange böse? Hallo. Och, bitte neben. Also. Zwei Heid. Supi. Aber mein Pfeil kannst du hergeben. Okay. Ab nach oben. Ab nach oben und Feierabend, Emma. Und ja. In der Hoffnung, uns morgen wiederzusehen. Mit was vernünftigen Lieder. Ich danke euch vielmals wirklich nochmals. Zum allerletzten Mal. Ich gehe euch bestimmt schon damit auf den Geist. Aber ich bin wirklich froh, dass das hier wieder bald vorbei ist. Und es wieder vernünftig läuft. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Abonniere. Tschüss.